Maxi sah über den Tisch und lächelte in die liebevollen Gesichter seiner Frau und Kinder. Ich genieße unsere gemeinsame Zeit, flüsterte er, als er sanft jeden ihrer abgetrennten Köpfe in den Kühlschrank zurücklegte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, Martin und dem Maxi. Heute geht es wieder etwas tiefer in die Materie der Geschichten und des Geschichtenschreibens, denn wir beschäftigen uns mit Stilmitteln und eins vorweg, heute gilt Spoilerwarnung. Und ich kann auch Entwarnung geben, meine Familie ist okay, keine Köpfe wurden abgetrennt, im Kühlschrank liegt nur altes Gemüse und keine abgetrennten Köpfe. Also ich weiß nicht, wie viele Nährwerte haben denn so ein menschliches Haar, ich glaube nicht viele. Naja, also wenn ich menschliche Köpfe essen wollen würde, würde ich ja nicht nur die Haare essen wollen. Hast du ja nicht hier umsonst Kopfsalat, ne, oder Fingernudeln, ua, ua, ua. Du lachst drüber, aber in Alaska gibt es so Roadkill, da machen die aus so, keine Ahnung, so Hirschköpfen, die sie halt mit dem, keine Ahnung, mit dem Pickup-Truck erledigen, dann halt so Schweinskopf-Sülze oder Hirschkopf-Sülze in dem Fall. Also ich denke, aus so einem Kopf kannst du schon ein bisschen was rauskriegen, wenn du den gescheit einkochst. Geil. Also wir legen los mit einer ganz fetten Spoiler-Warnung, denn wir, wie gesagt, gehen heute tiefer ins Geschichten erzählen und sprechen mit euch über Stilmittel, die wir euch anhand von Beispielen näherlegen. Und damit das funktioniert, müssen wir sehr viel aus Film und Fernsehen und aus Büchern preisgeben und auch Plots auflösen. Genau. Also wenn ihr wissen wollt, ob wir euch eventuell über etwas spoilern, was ihr noch lesen wollt oder sehen wollt, guckt einfach in die Shownotes, da steht drin, da steht alles drin, über das wir sprechen, jeder Titel, jedes Buch, jeder Film. Und dann könnt ihr da mal durchscrollen und wenn das dann safe ist sozusagen, dann könnt ihr weiterhören. Also dieses Zitat am Anfang habt ihr ja sicherlich gemerkt, das ist kein Zitat von einem berühmten Autor oder Schriftsteller, das haben wir uns selbst ausgedacht, das entspringt uns und zwar wollten wir gleich mit einem von diesen Stilmitteln, die wir gleich besprechen werden, einleiten. Am Anfang habt ihr ja gehört, das war so eine Zwei-Sätze-Horror-Geschichte nennen die sich und am Anfang denkt man, Maxi sitzt am Tisch und schaut in die liebevollen Gesichter seiner Kinder und dann Plot-Twist, es sind nur die Köpfe und die Köpfe legt er dann zurück in den Kühlschrank. Und dann haben wir schon eins, nämlich der Twist, die Wendung, die einer Geschichte eine ganz andere Note gibt oder alles anders darstellt, als es tatsächlich bisher war, da gehen wir später noch drauf ein. Und wir haben eben mit so einem Zitat eingeleitet, damit ihr gleich wisst, worum es geht. Genau, und Plot-Twist ist wohl mit die bekannteste. Jede Serie hört mit einem Twist auf oder jeder große Film, das ist sozusagen der Höhepunkt meistens. Aber dazu kommen wir gleich. Wir beginnen mit den Komponenten, den drei großen Säulen und zwar einmal dem Plot, den Charakteren und dem Worldbuilding. Und jede gute Geschichte hat mindestens seine davon, sehr gute Geschichten haben alle drei? Richtig, also jede Geschichte besteht aus Grundpfeilern, Grundpfeilern des Geschichtenerzählens, das ist der Plot, die Charaktere und das Worldbuilding. Nicht jede Geschichte muss wahnsinnig gut in allen Kategorien sein, sollte aber gut sein in mindestens einer der Kategorien, damit man halt dran bleibt und damit die Geschichte gut ist. Also während der rote Faden, die Charaktere und das Worldbuilding sozusagen die Suppenbasis ist, sind die Stilmittel, auf die wir dann gleich eingehen werden, sowas wie die Würze. Wir wollen aber zunächst kurz auf diese Grundpfeiler eingehen, wollen euch Beispiele geben, damit ihr wisst, wie so eine Geschichte überhaupt aufgebaut ist. Genau, deswegen fangen wir einfach mal mit dem ersten Pfeiler an, und zwar der Geschichte, beziehungsweise dem Plot. Der Plot, das ist der rote Faden der Geschichte. In Anführungsstrichen kann man sagen, darum geht es. Bücher und Geschichten mit starken roten Faden brauchen nicht zwingend ausgefallene Charaktere. Die Story, die ja selbst ist stark genug, um den Leser in den Bann zu ziehen. Und ein großes Genre-Beispiel dafür sind zum Beispiel Krimis. Genau, Krimis sind prädestiniert dafür, weil es da hauptsächlich ja darum geht, den Fall aufzulösen. Also es gibt einen Mörder, der hat jemanden bestialisch ermordet, und der Ermittler muss den Mörder finden und stößt dann auf diverse Stolpersteine. Das heißt, im Fokus steht die Geschichte. Es ist meistens egal, wo es spielt, und es ist in der Regel auch egal, wer wie der Ermittler drauf ist, sondern es geht hauptsächlich um die Geschichte, die sollte halt möglichst verworren oder wendungsreich oder zumindest spannend sein. Es hilft natürlich trotzdem, wenn die Geschichte oder wenn der Krimi irgendwie, keine Ahnung, einen schrulligen Ermittler hat zum Beispiel. Dann macht das natürlich noch mehr Spaß. Oder wenn ich jetzt einen Krimi habe zum Beispiel, der, keine Ahnung, in Nürnberg spielt, wo wir sitzen, und dann muss man trotzdem Worldbuilding betreiben. Das ist ein bisschen abstrakt, weil Nürnberg an und für sich gibt es natürlich, das ist ein echter Ort. Aber du musst ja dem Leser, der nicht aus Nürnberg kommt, dann auch erklären, wie das da aussieht, wie läuft das ab, wie funktioniert die Welt da. Also da muss man schon auch ein bisschen Worldbuilding betreiben, wenn man einen Krimi schreibt. Ist aber eher eine kleinere Säule sozusagen, also ein kleinerer Part davon. Zum Beispiel mit einem schrulligen Ermittler und einem Ort des Geschehens und einem ziemlich genialen Plot. Kann man ruhig nennen Mord im Orient Express von Agatha Christie mit einer der berühmtesten Fälle der Kriminalliteratur. Die Geschichte findet in einem Zug statt, also mehr oder weniger in einem geschlossenen Raum und lebt hauptsächlich von Dialogen, Befragungen und der Ermittlung von Hercule Poirot. So kriegt eben der Leser die Geschichte, den Plot mit, in dem sich die Hauptfigur einfach durch diesen Zug bewegt und seiner Sache nach geht, versucht den Fall aufzuklären. Genau, der Fall steht im Mittelpunkt, klar, weil ein Mord im Orient Express passiert ist. Ich würde sagen, dass die Geschichte aber trotzdem ein ziemlich gutes Worldbuilding hat, weil das ist jetzt nicht irgendeine Stadt oder sowas, sondern dieser Orient Express, das ist ja schon was Besonderes. Das heißt, ein Mord in einem Zug ist dann schon etwas Besonderes. Das heißt, du brauchst da schon ein gutes Worldbuilding, damit der Leser sich da einfühlen kann. Und tatsächlich legt Agatha Christie mit Hercule Poirot ja oftmals auch ihren Fokus auf den Ermittler. Der ist ja auch sehr verschroben teilweise. Das heißt, Bord im Orient Express erfüllt schon mehrere dieser Kategorien. Also hat eine, klar, eine starke Geschichte, hat gute Charaktere und gutes Worldbuilding in dem Fall. Aber das Hauptaugenmerk ist trotzdem immer noch der Plot, der rote Faden. Das wäre der erste Grundpfeiler des Geschichtens erzählen. Der zweite wäre die Charaktere, haben wir jetzt auch schon erwähnt. Also wenn eine Geschichte Charaktere hat, die wir uns vorstellen können, die lebendig sind, die dynamisch sind, fällt es uns auch einfacher, der Geschichte zu folgen und in Anführungsstrichen zuzuhören. Es gibt auch Bücher oder Filme, die sich ausschließlich nur von Charakteren bedienen. Also man hat ja oftmals so, keine Ahnung, bei Filmen ist es oftmals so, dass du ein Kammerspiel hast, wo du ja gar nicht so eine starke Geschichte brauchst, weil der Film oder das Theaterstück in einer Kammer spielt und dann müssen die Charaktere halt interessant genug sein, als dass du als Zuschauer in dem Fall dran bleibst. Geschichten können durchaus mit wenig Geschichte und starken Charakteren auskommen. Und das ist dann ganz spannend, wenn Charaktere so interessant und vielschichtig sind, wie sie dann miteinander umgehen quasi. Ja, und die Geschichte braucht mindestens einen Charakter. Ja, besser wäre es. Und dann gibt es aber auch Autoren, wie zum Beispiel Ken Follett oder Jeffrey Archer, die ja die Welt hernehmen, historische Romane schreiben und ihre Figuren darauf verteilen. Und dann fallen schon sehr viele Namen, die man sich merken muss. Die Charaktere werden aber irgendwie im Laufe der Geschichte dann zusammengeführt und ergeben dann Qual. Und ja, haben dann irgendwie durch irgendwelche Taten etc. ihre Daseinsberechtigungen. Also man kann entweder eine nehmen oder ganz viele, die Möglichkeiten sind da unbegrenzt. Gibt aber auch schwierige Fälle wie, das habe ich gehört von Stephen King, die Arena, wo so viele Namen fallen, dass es schon schwierig wird, der Geschichte zu folgen, weil man sich die halt alle irgendwie merken muss. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn Charaktere sich nicht so großartig voneinander unterscheiden. Wenn du jetzt ein relativ realistisches Setting hernimmst, dann hast du von zehn Charakteren oder keine Ahnung, wenn wir jetzt mal zehn Kollegen von uns her nehmen, davon ist wahrscheinlich keiner oder keine zwei Stück irgendwie ein durchgeknallter Mörder. Das heißt, du musst die Charaktere irgendwie voneinander unterscheidbar machen. Ja, und am besten ist es, wenn man irgendwie einen Helden näher nimmt, den zwielichtig macht, keine Ahnung, sei es ein Mörder in einem Thriller, wo man sich denkt, oje, der ist ja böse, aufgrund diesem und jenem, der sticht ins Auge, nicht nur mit dem Messer. Ja, das mit den vielen Charakteren, da hatte ich tatsächlich meine Probleme in Game of Thrones zum Beispiel. Also, ich habe jetzt keine Probleme, mir Charaktere zu merken, auch gerade, wenn es in der Serie ist, die ja unterschiedlich aussehen. Aber wenn du einfach so, Entschuldigung, zugeschissen wirst mit Namen und Häusern und Höfen, ich fand das unfassbar schwierig, mir die zu merken. Also, am Anfang zumindest. Das heißt, man muss da schon irgendwie einen starken Fokus auf ein, zwei, drei, vier, fünf Charaktere legen, die halt so irgendwie die Geschichte vorantreiben und der Rest meandert dann so um die rum. Also, du kannst viele Charaktere machen, aber dann musst du die so unterschiedlich machen, dass der Leser einfach nicht verwirrt ist. Du musst dann als Autor auch erwähnen, wie die mit vollem Namen heißen oder musst sie umschreiben, was für einen Beruf die haben oder wo die hingehören, damit du als Leser immer wieder weißt, ah ja, das war John Schnee, das ist der Bastardsohn vom Ned Stark und so weiter und so weiter, damit du den Leser quasi immer wieder auf dieselbe Spur führst, damit der sich erinnern kann, wenn es so viele Charaktere gibt. Bleiben wir mal bei dem einen und bleiben wir ja im Zug beim Mord im Orient Express. Da haben wir ja unseren Helden, den Erkül Poirot. Schlagt uns, wenn wir das immer wieder falsch aussprechen. Ist aber auch ein geiler Name. Und das ist ja ein belgischer Detektiv, eine Persönlichkeit, die man in der Krimi-Szene einfach kennt, mit Running Gags, wie zum Beispiel, dass er dauernd als Franzose bezeichnet wird oder eben als Ausländer von den Leuten. Und dass er die halt ständig korrigiert, dass er ja Belgier ist. Der ist überaus eitel, schaut immer sehr auf seinen Bart, dass seine Kleidung passt etc. Und hin und wieder fängt er auch in den Büchern Französisch zu sprechen und droppt irgendwelche Punch-Reins auf Französisch, wo man sich als Leser dann denkt, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Ja, der hat Tiefgang, der hat Polizeierfahrung, auf die hin und wieder zu sprechen gekommen wird. Oder da gibt es so eine berühmte Romanze mit einer Russin. Und solche Sachen eben, das ist eine Person, an der kann man halt festhalten, die immer wieder neu beleuchten. Und ja, man lernt sie einfach kennen. Der eitle Sack mit seinen grauen Zellen. Muss man nicht so sagen, der eitle Fatzke, der hat einfach Persönlichkeit. Und deswegen kann man dem immer so gut folgen. Und man vertraut in Anführungsstrichen so ein bisschen der Figur. Man weiß, okay, jetzt gibt es den Fall zu lösen. Deswegen kann man sich schon denken, wie wird er vorgehen und wie schafft er es dann am Ende? Ist so. Und gerade diese, vielleicht auch ein bisschen diese karikaturhaften Figuren, weil du sagst, so ein eitler Fatzke, das ist ja auch interessant, denen zu folgen, was sie tun, wie sie einen Fall lösen, einfach nur wie sie sich geben. Weil im realen Leben, ganz ehrlich, will ich mit so einer Person eigentlich nichts zu tun haben. Richtig. Und deswegen macht es das so spannend. Also je extrovertierter oder je exaltierter so eine Hauptfigur ist, desto interessanter ist sie auch, wenn dann der Fokus auf der Hauptfigur liegt, wie im Falle von Hercule Poirot. Wenn du jetzt quasi zwei Ermittler hättest, die so wären, die so arrogant wären oder die beide sich so gegenseitig versuchen, die Show zu stehlen, dann würde das auch nicht funktionieren. Dann würden die sich gegenseitig entweder aufheben oder du als Leser wärst genervt davon, weil die halt immer so am, keine Ahnung, so am rumzustolzieren wären, so wie so eitler Pfauen. Deswegen funktioniert das ja auch in den Sherlock-Holmes-Geschichten so gut, weil der Sherlock ist ja auch sehr ein exaltierter Typ. Der ist clever, der hat seine Spleens und der Watson ist ein relativ normaler Typ. Das heißt, die können sich dem Ball ganz gut zuspielen. Deswegen sind die beide nicht so abgefahren drauf. Aber was du jetzt eben gesagt hast von dem, er haut dann manchmal so eine französische Punchline raus oder sagt was auf Französisch, finde ich so von der Autorendenke her, finde ich das absolut großartig. Also einfach drauf kacken, ob der Leser Französisch kann oder nicht. Du weißt aus dem Zusammenhang ungefähr, was es bedeuten soll, aber dann halt einfach den Leser vor den Latz knallen, dass er jetzt irgendwie einen französischen Satz erwähnt kriegt, finde ich geil. Vor allem das muss man sich ja in der Geschichte denken, wenn der mit irgendjemandem spricht, der ja kein Französisch kann, was soll der sich denn denken? Ja, eben. Und das sind eben solche, man nennt das im Englischen Character Quirks, also solche Spleens, solche Eigenheiten, die Charaktere haben, die die auch interessant machen. Also das kann so was ganz Einfaches sein wie, er spricht Französisch oder er wird immer als Franzose bezeichnet, obwohl er Belgier ist. Und das macht dann Spaß, das macht die Figur realistisch, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Belgier und man würde das an meinem Akzent hören und alle würden sagen, ah, der Franzose wäre ich auch irgendwann genervt. Finde ich super. Das ist echt gut gemacht in den Geschichten, weil die ihn immer als Franzosen darstellen und das kommt dann wirklich immer in so einem Nebensatz einfach nur ganz trocken, ich bin Belgier und findet weiter nicht statt, sondern er hat es klargestellt und dann für ihn ist das wichtig, für den Rest ist es egal. Ja, dass er auch nicht drauf rumreitet, sondern das halt einfach nur so immer wieder korrigiert, ja, ist schon ganz geil. Ich habe auch noch ein ganz interessantes Beispiel für vielschichtige Charaktere und zwar ist das der Manga Hunter x Hunter, den haben wir auch neulich auf Social Media gepostet, dass wir den super finden und obwohl der gute Geschichten hat, lebt der vor allem von seinen Charakteren, von denen wirklich nahezu jeder graue Schattierungen hat und der Autor, der Yoshihiro Togashi, geht teilweise sogar so weit und er bleibt so in seinen Charakteren drin, dass Charaktere teilweise Sachen in der Geschichte tun, womit sie sich selbst quasi von selbst aus der Geschichte rausschreiben. Also die Hauptfigur kommt am Ende an einen Punkt, wo sie sowas, wie soll ich sagen, sowas Egoistisches tut und sowas Schlimmes in Anführungszeichen und gibt alles auf, was sie bisher hatte, dass sie sich quasi, dass sie so, dass sie nicht stirbt, aber dass sie so verendet sozusagen, dass die Figur komplett aus der Geschichte raus ist und das schaffen wirklich wenige, sei es in Büchern oder in Mangas oder Comics, Figuren halt wirklich so lang, mit denen so lang Schlitten zu fahren auf dem Friedhof, bis sie halt wirklich hinüber sind sozusagen. Also wir können festhalten, Figuren oder Charaktere sind schön, wenn sie einfach leben, wenn sie nicht statisch sind, sondern dynamisch, wenn sie Persönlichkeit haben oder irgendwelche Merkmale, an denen wir uns orientieren können, die uns durch die Geschichte helfen. Ja, ist auch so. Also ich meine, man kann auch Charaktere relativ eindimensional zeichnen, das geht schon, und das ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert ja zum Beispiel auch in Actionfilmen. Ich brauche jetzt in einem Actionfilm, brauche ich keine clevere, hochtrabende Figur. Da reicht mir jetzt auch irgendwie ein Arnold Schwarzenegger, der sich durch die Gegnerhorden prügelt, weil der Fokus da auf was anderem liegt. Also einfache Charaktere können auch recht interessant sein, aber viel interessanter sind immer Charaktere mit unterschiedlichen Ansichten, unterschiedlicher Moral, die dann auf einmal miteinander agieren müssen. Wobei man bei so einem Schwarzenegger ja sagen muss, dass er dann einfach ist, aber der ist ja einfach geil, einfach durch die Muckis, die ja dann in Anführungsstrichen Teil der Persönlichkeit sind und dem kann keiner was. Der ballert, was weiß ich, wie nieder, der sich nicht schnell genug wegduckt und so. Ja, natürlich, klar, da ist es natürlich auch die physische Präsenz, aber man würde dem Arnold Schwarzenegger jetzt glaube ich auch Unrecht tun, wenn man sagt, er ist ein schlechter Schauspieler. Das finde ich nämlich nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Seine Rollen waren früher sehr eindimensional, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Terminator 2 anguckt, wo dann der Figur von dem Terminator, die ja an und für sich einfach nur eine Killermaschine ist, wie dann versucht wird, diese Eindimensionalität etwas abzugewinnen. Das kann ja auch sehr interessant und sehr geil sein. Da ist mein Bruder übrigens riesen Fan von Terminator 2. Ja, nicht nur dein Bruder, der ist absolut großartig. Ich finde, das ist einer der bestgeschriebensten Actionfilme aller Zeiten. Wir haben die Geschichte, wir haben die Charaktere und die stehen ja nicht alle irgendwie auf dem Flur und unterhalten sich, sondern die leben in ihrer eigenen Welt. Und das kann Nürnberg sein, wie du schon erwähnt hast, eine andere Stadt, also die Realität oder eben eine eigene Realität in Form von Fantasy oder Science Fiction, wie zum Beispiel Herr der Ringe. Da heißt es Mittelerde und da hat der George R. R. Martin, wollte ich sagen, der Tolkien, eine ganz eigene Welt erfunden mit einer eigenen Sprache etc. und eigenen Wesen. und da findet dann eben die Geschichte statt. Ich würde sagen, Herr der Ringe ist einfach das, wie sagt man dann, das Musterbeispiel einer Fantasy-Welt. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Tolkien wirklich zehn Jahre lang an dieser Welt gefeilt hat und wollte wirklich alles bis aufs kleinste Detail richtig machen und ausarbeiten. Deswegen gibt es ja Rassen, es gibt Sprachen, es gibt eine Karte. Das ist schon extrem viel Arbeit, die er sich gemacht hat und die wurde ja auch belohnt. Ich meine, sämtliche High Fantasy, wie es im Fachjargon heißt, also alles, was so mit Elfen, Zwerge in die Richtung zu tun hat, lehnt sich an Herr der Ringe an. Der hat sich mit den Elben und den Zwergen natürlich auch in der nordischen Mythologie angelehnt, aber er hat dem Ganzen immer so einen eigenen Spin quasi gegeben, ein eigenes Gefühl. Und deswegen ist es, wenn man von Fantasy spricht, denkt man immer so an so diese Tolkien-Fantasy-Welt. Die an sich schlüssig ist, ne? Ja, ja, natürlich. Der hat ganze Karten gezeichnet, man kann die Wege, die Figur nachverfolgen. Der war ja auch Sprachwissenschaftler, also der hat viel aus seinen Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg verarbeitet. Der ist Sprachwissenschaftler gewesen, deswegen ist es eben relativ einfach, in Anführungszeichen, einfach gefallen ist, eine neue Sprache zu erfinden. Das musst du aber tatsächlich gar nicht machen. Also wenn du Worldbuilding betreibst, wenn du eine Geschichte schreibst und verankerst sie in der Realität, ist es sowieso relativ einfach, weil du Regeln und Gesetze hast, die in der realen Welt gelten bei uns. Wenn du jetzt eine Fantasy-Welt erfindest, da musst du dir schon mehr Mühe geben. Und es gibt da einen US-Autor, der nennt sich Brandon Sanderson. Das ist ein US-Autor für Fantasy und Sci-Fi und der lehrt auch am Stuhl in Utah. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Stadt, weiß ich aus dem Kopf nicht, habe ich auch nicht aufgeschrieben, ist jetzt völlig spontan von mir. Der lehrt da am Stuhl eben Geschichteschreiben und Kreatives Schreiben und dem seine Vorlesungen kann man sich auf YouTube angucken, der lässt die aufzeichnen. Und da gibt es 12, 13 Stück, die dauern jeweils eine Stunde. Ich packe den Link in die Shownotes. Und der hat zu Worldbuilding gesagt, man muss sich dem Leser vorstellen, der Leser steht auf einem Eisberg. Und er steht auf der Spitze des Eisbergs und er guckt runter und er sieht bis zur Wasseroberfläche, ah ja, der Eisberg ist solide, da gibt es ganz viel zu sehen und zu entdecken. Und das ist quasi die Welt, die du schaffen musst, wenn du eine Geschichte schreibst. Jetzt geht aber dieser Eisberg ja unter dem Wasser noch viel weiter und ist noch viel größer. Und du musst dem Leser nur vorgaukeln, dass wenn er ins Wasser guckt und sieht, dass dieser Eisberg unendlich weitergeht, musst du dem Leser nur vorgaukeln, dass da noch viel mehr ist, obwohl du dir gar nicht mehr ausgedacht hast. Das kriegt man hin, ne? Aber das... Ja, das ist ja genau das, was der Tolkien eben nicht gemacht hat. Er ist dann wirklich bis runter zum Eisberg gegangen, aber du musst dem Leser quasi nur vorgaukeln, dass da noch viel mehr ist, obwohl da gar nicht mehr ist. Solange der Leser glaubt, der Autor hat sich extrem viel Gedanken über seine Welt gemacht, ist er zufrieden. Sobald da irgendwie irgendwas komisch ist, keine Ahnung, du schreibst eine Fantasy-Geschichte und auf einmal redet jemand über, keine Ahnung, chinesisches Essen. Würde keinen Sinn machen. Dann bist du als Leser vollkommen raus. Das heißt, du hast nicht mal bis zur Wasseroberfläche gedacht. Aber wenn du das halt dem Leser vorgackelst, dass der Eisberg unendlich groß ist, kannst du im Prinzip machen, was du willst. Bei Herr der Ringe habe ich, andere vielleicht nicht, aber sofort auch wieder Stephen King im Kopf mit Der dunkle Turm, weil das ja immer als Sein Herr der Ringe betitelt wird, weil er da auch eine Welt, im Prinzip eigentlich unendlich viele Welten, ins Leben ruft, auf dem was passiert. Aber wir haben ja schon sehr oft jetzt in diesem Podcast über Der dunkle Turm gesprochen und werden vermutlich auch nochmal vielleicht eine ganze Folge damit füllen. Deswegen überspringe ich das jetzt. Also Der dunkle Turm hat auch so eine eigene, er dachte Riesenwelt, wo viel passiert. Deswegen nenne ich mal ein paar andere schöne Beispiele, wie zum Beispiel Final Fantasy, wo jedes Spiel eine komplett neue eigene Welt hat. Und Final Fantasy 9, finde ich, ist eine sehr schöne, das ist alles ein bisschen mittelalterlich, hat aber ganz viele Steampunk-Faktoren, wo alles mit Dampf betrieben wird und auf dem Monster herrschen und man ungefähr so immer so ein bisschen weiß, wo die Monster herkommen. Und dann gibt es Königreiche, eine Landkarte etc. Und das sind schöne Welten, in denen man sich verlieren kann mit eigenen Wesen. Jeder kennt die Kokobos, wer sich mit Final Fantasy auskennt, auf denen kann man übers Meer reiten etc. Also Final Fantasy ist, was Welten angeht, sehr stark. Die Chokobos sind übrigens große gelbe Vögel in der Regel. Nur für die, die es nicht kennen. Die gibt es auch in anderen Farben, mit schönen anderen Funktionen. Also die können dann schwimmen, fliegen etc. Kann man sich mal durchwühlen, kann man gerne mal spielen. Sollte man ausprobieren. Ich glaube Final Fantasy 9 gibt es auch als Remake auf diversen Konsolen. Geiler Scheiß. Das sind geile Welten, eine geile Welt. Außerdem hatten wir im letzten Teil das Rapture von Bioshock. Das spielt in unserer Welt, hat sich aber in der Welt eine eigene Welt aufgebaut mit Fähigkeiten, die man sich da aneignen kann. Blitze aus Armen schießen etc. Ist in sich auch völlig stimmig. Man kann sich erschließen oder man erfährt im Laufe der Geschichte, wo die ganzen Fähigkeiten und sowas herkommen. Ist alles sehr düster. Wunderbar. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Attack on Titan ist eine ultra geile Welt, weil man mehr vermutet, als es dann im Prinzip eigentlich ist oder man erwartet als Leser mehr. Riesenspoiler. In Attack on Titan geht es darum, dass die Menschen hinter einer Mauer wohnen und die sind in Gefahr. Hinter dieser Mauer befinden sich nämlich Riesentitanen, die die Menschen fressen. Die Menschen versuchen irgendwie hinter das Geheimnis der Titanen zu kommen, diese zu töten und dann das Land dahinter zu erforschen. Kurz gesagt, ja, sie schaffen es dann und blicken hinter die Mauer und da ist im Prinzip nichts außer der Welt, in der sie schon gelebt haben. Die gewünschte Freiheit finden sie nicht, sondern sie finden dahinter nur noch mehr Menschen, die ihnen Böses wollen. Das heißt, in dieser Welt von Attack on Titan kämpfen sie um Freiheit, den Kampf gewinnen sie, finden aber dadurch nur noch mehr Krieg. Ja, Attack on Titan hat auch eine recht gute Welt, wobei ich sagen würde, dass Attack on Titan tatsächlich ein extrem gutes Beispiel ist für einen saustarken roten Faden, aber da sollten wir mal auf eine extra Folge drauf eingehen, weil das, da könnten wir uns glaube ich ewig drin verlieren, wie gut geschrieben das ist. Hier eine Welt, die ich sehr geil finde, ist Avatar, Herr der Elemente. Ein Intro, das Millionen von Menschen mitsprechen können, das die Welt in einfachen Sätzen erklärt. Verdammt, ich kann es nicht auswendig. Ich kann es auch nicht auswendig. Ich habe die Serie tatsächlich nie gesehen, aber ich habe das Intro schon gehört und die Avatar-Serie, also hat nichts zu tun mit den Filmen Avatar von James Cameron. Da wird die Welt im Intro quasi erklärt. Es gibt vier Nationen für jede Element eine und die Feuernation hat irgendwann alle anderen angegriffen. Das ist quasi die Basis der Geschichte und das ist auch die Basis der Welt und das zeigt wunderbar, dass auch eine, dass eine gute Geschichte auch mit wenig Worldbuilding auskommen kann, obwohl sie in der Fantasy-Welt spielt. Ja, und da gibt es dann eben den Avatar, den Ahn, der Luftbändiger und der muss alle Elemente meistern und zieht dann mit Freunden umher und man lernt halt einfach immer neue Meister, neue Typen, die sich mit der Kunst des Bändigens auskennen, kennen und das passiert alles so liebevoll und herzlich und ja, diese Charaktere da drin, die lernt man dann einfach lieben. Kann ich jedem nur ans Herz legen, also die Welt von Avatar von Herr der Elemente ist der Wahnsinn. Gut, dann haben wir jetzt ja geklärt, was eine Geschichte haben sollte oder im besten Fall eins davon. Genau, das war ein sehr langes Intro für dem Hauptthema, zu dem wir jetzt kommen und zwar den Stilmitteln, die man am besten einsetzt, wenn man sich der Grundpfeiler des Geschichtens erzählen bedient beziehungsweise der, die man halt dazu serviert. Sozusagen, genau, die geben dem Ganzen Würze. Also, ich sag mal so, du kommst in keiner Geschichte ohne mindestens eines dieser Stilmittel aus und die Stilmittel, die wir jetzt gleich nennen werden, das sind sechs oder sieben Stück an der Zahl, das sind auch nicht alle. Also, wir werden auch in Zukunft noch mindestens einen, wahrscheinlich eher zwei Folgen zu den Stilmitteln machen, weil es da einfach sehr viele gibt, nicht zu viele, aber einige und man braucht die einfach. Man kann ja einfach nicht eine Geschichte oder die Charaktere oder die Welt so vor sich hin meandern lassen. Man muss ja quasi den Leser am Buch halten oder Sachen erklären oder Hintergründe beleuchten und da kommen dann eben die Stilmittel ins Spiel. Genau, und mit einem ganz Besonderen bleibt man auf jeden Fall immer auf Spannung, den haben wir auch schon in der Folge mit den Frillern erwähnt und zwar den Cliffhanger. Also, nochmal kurz Revue passieren lassen. Was macht ein Cliffhanger? Der Leser wird eben am Ende einer Geschichte oder eines Kapitels bewusst in der Luft hängelassen. Es wird Spannung dadurch erzeugt, dass man einfach nicht weiß, wie was passiert ist und man muss unbedingt weiterschauen oder weiterlesen, damit man eben weiß, wie geht diese Situation zu Ende. Genau, das Problem am Cliffhanger mittlerweile ist, dass er A, zu häufig verwendet wurde, zum Beispiel in Serien, hat der Martin am Anfang der Folge gesagt, dass am Ende von Episoden, von Serien, oftmals ein Cliffhanger platziert wird und wenn es nur kleiner ist, damit der Zuschauer halt die nächste Folge gleich einschaltet oder halt am Ball bleibt sozusagen. Das heißt, je öfter man einen Cliffhanger verwendet, desto mehr nutzt er sich ab. Ein geiler Cliffhanger. Da wäre ich gern damals dabei gewesen, wobei das damals kein Cliffhanger war, aber heute zu einem gemacht wurde. Und zwar der Tod von Sherlock Holmes im Kampf gegen Moriarty. Damals in den Originalbüchern war es ja so, dass der Holmes gegen den Moriarty auf einer Klippe kämpft in der Schweiz, in den Reichenbach-Fällen und Sherlock Holmes stirbt. So, damals ist der Holmes für die Leser und für den Doyle wirklich gestorben. Zitat von Arthur Conan Doyle. Hätte er den Sherlock nicht umgebracht, hätte Sherlock ihn umgebracht. Das heißt, er hatte von seiner eigenen Figur irgendwann genug. Und das ging damals so weit, dass die Leute trauernd auf die Straße gegangen sind, haben schwarz getragen, haben irgendwelche, na hier, wie sagt man, so schwarze, nicht schwarze Krawatten, glaube ich sogar auch, oder so schwarze Anstecker, einfach um ihre Trauer für diese Figur auszudrücken. Im Prinzip war das damals kein Cliffhanger, weil die Serie halt erstmals einfach vorbei war. Später hat der Doyle dann weitergemacht, weil man ihm, wenn ich mich richtig erinnere, von einer Legende erzählt hat, aus der dann das Buch wurde, der Hund der Beskarwilds. Da hat er ihn aber nicht mehr ins Leben geholt, sondern die Geschichte spielt, glaube ich, noch vor seinem Tod. Ja gut, er kann ja dann quasi einfach eine andere Geschichte mit Sherlock Holmes erzählen. Ja, aber damals war es eben so, dass die Figur tot war. Heute kennen wir das anders aus, Serien wie zum Beispiel Sherlock mit Benedict Cumberbatch, da hat man richtig, das war ein richtig fetter Cliffhanger, weil der Sherlock eben Selbstmord begeht und man sich fragt, ist er jetzt tatsächlich tot oder nicht und die Fans warten auf die nächste Staffel für die Auflösung. Ja, ja, da gibt es zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte und zwar, hast du oftmals das Problem, wenn Hauptfiguren sterben, in Anführungszeichen, dass sie nicht wirklich sterben. Das nennt sich im Schreiberfach Jargon Plot-Armor, also sowas wie Geschichten, eine Geschichtenrüstung, dass eine Hauptfigur einfach nicht sterben kann, weil sie zu gewichtig ist für die Geschichte oder die Leute diese Figur einfach zu sehr mögen, dass sie gar nicht sterben kann. Das nennt sich dann Plot-Armor. Im Falle von Sherlock Holmes oder von Arthur Conan Doyle, alter, Hut ab, dass er quasi Leute dazu gebracht hat, schwarz zu tragen und um seine Figur zu trauern, in Zeiten, als es noch kein Social Media gab. Ja, ne, also, da wäre ich gern dabei gewesen, hätte mir das, ich glaube, ich hätte mitgefiebert, stehst du dann auf der Straße und alle Leute sind einfach traurig, weil so eine Figur nicht mehr in der Zeitung erscheinen wird, wie viel Gewicht die da schon gehabt haben muss. Das stimmt, Feier. Und ich finde, eine recht ähnliche Parallele lässt sich ziehen, damals bei Game of Thrones in der dritten Staffel, da gab es auch die Red Wedding, die rote Hochzeit, wo dann auch Charaktere gestorben sind und wo dann auch auf einmal die sozialen Medien voll waren von Leuten, die sich aufgenommen haben beim Hollen und Reaction-Videos. Ich persönlich finde das furchtbar, aber da hat man schon gesehen, dass du mit deiner Geschichte oder in dem Fall mit einer Serie ziemlich starke Reaktionen provozieren kannst und in Zeiten von Social Media, wo bei manchen Leuten die Hutschnur sowieso ein bisschen kürzer ist als bei anderen, ist das jetzt weniger verwunderlich, aber damals, da Arthur Conan Doyle die Leute dazu bringen, wegen einer fiktiven Romanfigur schwarz zu tragen, ziehe ich sämtliche Hüte vor. Es gibt ja auch noch andere Sherlock-Filme von Guy Ritchie, da wurde eben dieses Ereignis damals, der Tod von Sherlock Holmes, auch als Cliffhanger hergenommen. In dem Film war es aber ziemlich offensichtlich, wie auch in der Sherlock-Serie, weil ich glaube, am Ende erscheint Sherlock auch noch am Friedhof, und bei dem Guy Ritchie-Film ist es eben so, dass er sich in der Wohnung camouflage-mäßig in so einem Sessel versteckt und da merkt man deutlich, oh, da kommt noch ein Film, der ist nicht tot. Also das sind eben, ich sag mal, klassische Cliffhanger, dass man weiß, irgendwie muss es weitergehen, wie wird die Situation aufgelöst. Genau, und dann will man eben weiterlesen, weiter schauen, weiterhören, was auch immer. Ähnlich wie der Cliffhanger soll der Twist natürlich die Leser eiskalt erwischen. In dem Fall ist es nicht so, dass halt, dass der Leser in der Luft hängen gelassen wird, sondern ein Twist soll das bisher Geschehene quasi in ein anderes Licht drücken. Auch das hat den Nachteil, dass je öfter man es macht, desto mehr ist es abgenutzt, desto eher wird es langweilig oder dass du halt einfach einen Twist schon so lange vorher kommen siehst, dass er einfach keine Wirkung entfaltet. Also einen guten Twist einzubauen ist noch deutlich schwieriger, als einen guten Cliffhanger zu bauen, einfach weil man mittlerweile so viele Geschichten gesehen hat und viele Twists zu Klischees verkommen sind. Ja, bei dem Buch von Fitzek, Das Geschenk, ist es zum Beispiel am Ende so, dass da ein Twist nach dem anderen kommt und wo ich mir dann irgendwann dachte, okay, das glaube ich dir jetzt nicht. Ja, das kann jetzt nicht passiert sein. So, nee, jetzt ist aber genug. Und spätestens dann, wenn der Leser denkt, nee, das ist jetzt irgendwie unglaubwürdig, spätestens dann hast du ihn verloren mit den Twists und Wendungen. Es werden auch manchmal einfach Wendungen eingebaut in Geschichten, einfach nur, damit jetzt noch irgendwie eine Wendung kommt, damit du den Leser versuchst, irgendwie den Teppich oder den Füßen wegzureißen. Und dann ist es öde. Du musst eine Wendung halt einfach gut vorbereiten, so dass der Leser vielleicht hier und da einen Hinweis kriegt, aber nicht drauf kommt und die Wendung dann halt spontan bringen sozusagen. Ja, und wenn man Twists richtig geil macht, dann ist das das Geilste, was man eben im Geschichtenschreiben machen kann, wie zum Beispiel im Film Shutter Island. Den habe ich neulich gesehen. Da geht es ja eben darum, dass Leonardo DiCaprio mit dem Mark Ruffalo, also die Figuren, die sie spielen, die ermitteln in einer Irrenanstalt, weil da eine Patientin ausgebrochen sein soll. Die wird gesucht. Und der Inhalt des Films, die Storys eben, dass da ermittelt wird, wo kann sie hin sein, wie ist sie aus ihrer Zelle gekommen, etc. Und innerhalb des Films, beziehungsweise im Laufe des Films, ist der große Twist, dass der DiCaprio, dass er gar nicht ermittelt, sondern das ist alles nur ein Spiel und er selbst ist seit Jahren ein Patient und bildet sich in Anführungsstrichen das alles ein, was da passiert. Und das ist dann eben der große Schockmoment, weil es so geil aufgebaut ist, dass er einfach vom Polizisten zum Kranken wird, beziehungsweise er wird nicht zum Kranken, sondern er war es ja die ganze Zeit schon. Wir haben es nur nicht gewusst. Genau. Die haben dann so eine Art Rollenspiel aufgebaut, weil der DiCaprio als Patient sich das quasi immer eingebildet hat und sie wollten ihn das quasi durchspiegeln lassen sozusagen, um ihn dann möglicherweise zu heilen. Und was du für eine interessante Entdeckung gemacht hast, Martin, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ist, dass der DiCaprio, also die Hauptfigur, in Wirklichkeit der Ermittler war und er mit dem Laufe des Films einfach verrückt wurde. Genau, das können wir jetzt gerne auseinandernehmen. Mal schauen, was die Community dazu sagt. So, im Buch soll es nämlich eindeutiger sein, dass der DiCaprio quasi die ganze Zeit krank war und die Therapie nur nicht anschlägt. Es ist ja nämlich so, dass sie dieses Rollenspiel in der Klinik durchführen, damit der DiCaprio von selbst draufkommt, dass er krank ist. Mhm. So, und der Film endet aber so, dass offen gelassen wird, nee, anders, der DiCaprio erzählt nämlich dauernd im Film, dass da eine Verschwörung auf der Spur ist. Ja. Diese Verschwörung gibt es dann aber in der Theorie nicht, weil er ist ja krank und bildet sich das alles nur ein. Im Film am Ende wird aber offen gelassen, ob er nicht tatsächlich eine Verschwörung auf der Spur ist und ob man ihn im Laufe der Ermittlungen nicht einfach krank gemacht hat. Ja, das ist so. Am Anfang bekommt er dann auch irgendwie Aspirin, weil er nach Aspirin verlangt und so. Und da wird quasi damit gespielt, ob er nicht vielleicht doch tatsächlich ein Federal Marshal ist im Film, also ein Bundesermittler. und die dieser Anstalt wirklich was zu verstecken hat und ihn deswegen in Anführungszeichen krank gemacht hat oder ob er die ganze Zeit krank war. Genau, hinzu kommt noch, dass eine kranke Patientin eben die angeblich Gesuchte zu ihm sagt, trink nicht ihren Kaffee und trauch nicht ihren Zigaretten und das sind dann eben beides Dinge, die er halt gemacht hat. Und da sind dann wahrscheinlich Mittelchen drin oder könnten Mittelchen drin sein. Aber das ist ja auch das Geniale dann irgendwie. Das ist ja, wenn du quasi das so erzählst und so machst, dass du quasi einen Twist am Ende hast, aber du als Zuschauer trotzdem nicht weißt, also im ersten Moment frisst du den Twist natürlich, weil du denkst, ah ja, das ist der große Twist, er ist in Wirklichkeit krank, habe ich gecheckt, alles klar. Aber wenn du es dann so machst, dass du deinen Twist quasi selbst wieder aushebelst, indem du immer so Hinweise streust, muss man schon einen Hut vorziehen. Das hat mich auf jeden Fall zwei Tage lang beschäftigt. Da wurden mehrere Wikipedia-Artikel und Foren durchgelesen und auch sonst so jede Movie-Seite, die irgendwie ihre Rezensionen schreibt, muss sich herausfinden. Aber nee, im Film ist es wirklich undurchsichtig. Man weiß bis zum Ende nicht, ob er tatsächlich Patient war oder nicht. Was den Film ja auch zu einer guten Buchverfilmung macht, weil er dem Buch quasi noch was hinzufügt, ohne dass es irgendwie blöd aussieht oder sich falsch anfühlt. Ein anderes Buch, was ich sehr geil fand, wo der Twist wirklich genial ist. Der passiert auch relativ bald im Buch. Wurde verfilmt, hat glaube ich, hat es einen Oscar bekommen, ich bin mir nicht sicher. Und zwar... Ja, da hat die Ding mitgespielt, die Alicia Vikander, ohne es jetzt nachzugucken. Ich glaube, ja, und die hat einen Oscar dafür bekommen. Jawohl, und wir sprechen nämlich von dem Film Raum, beziehungsweise von dem Buch. Film habe ich nicht gesehen, ich habe das Buch gelesen. Und da geht es darum, dass eine Mutter und ihr Sohn in einem ganz kleinen Raum wohnen. und dieser Raum ist für den Jungen eigentlich schon die ganze Welt. Dahinter gibt es nichts. Alles, was so im Fernsehen passiert, das sind andere Planeten. Für die beiden gibt es nur dieses Universum und darin spielen sie, darin leben sie, da machen sie irgendwelche Übungen, etc. Klopfen an die Decke, singen, etc. Das wird alles so kindlich, naiv erzählt, ist alles schön, bis sich dann aber herausstellt, dass diese Spiele, etc. dazu dienen, dass von außen Hilfe kommt. Das sind Hilferufe, die die Mutter eigentlich aussendet, nur in Spiele verpackt, weil sie und ihr Sohn in diesem Raum gefangen sind. Sie möchte das dem Jungen aber nicht so aufdrücken, damit er keine Angst hat. Und in dem Moment, wo man das als Leser checkt, ist das ein echt geiler Twist. Der ist vor allem so von hinten rum durch die Brust ins linke Auge. Also gar nicht so ein Bam, hier ist der Twist, schluck das erstmal, sondern das ist halt so eine Realisierung, die du dann im Laufe der Zeit gewinnst, dass du dir sagst, Moment, irgendwas ist komisch. Wo muss ich mal genau drüber nachdenken? In der ähnlichen Kerbe wie Raum schlägt auch Ten Cloverfield Lane. Das ist ein Film mit John Goodman in der Hauptrolle. Und zwar geht es um ein Mädchen, das in ihrem Auto flieht, will zu ihrem Freund fahren, weil auf der Welt irgendwas Schlimmes passiert ist. Die Welt soll untergehen. Und dann verunglückt sie mit dem Auto und wacht dann in einem Bunker auf. Und der Bunkerbesitzer ist dann der John Goodman. Und der erzählt ihr eben, dass draußen, dass die Luft nicht atembar ist, ein Virus geht um und sie kann um Gottes Willen nicht rausgehen und sie muss in dem Bunker bleiben. Und am Ende stellt sich dann raus im Verlauf der Geschichte, dass sie doch da raus will, weil der John Goodman einfach ein Psychopath ist. Er ist ein Verschwörungstheoretiker und Psychopath. Und sie geht dann da raus, bastelt sich einen professorischen Schutzanzug und dann geht sie raus und sieht Vögel am Himmel fliegen und denkt sich, Moment, Vögel, was ist hier los? Leg den Schutzanzug ab und dann ist da draußen gar kein Virus. Da haben wir die erste Wendung. Und die zweite Wendung ist dann, dass dieser Weltuntergang, der am Anfang angeteasert wurde, tatsächlich ein Angriff von Aliens ist. Das heißt, sie kommt vom Regen in die Traufe, geht raus, Virus, doch kein Virus, fuck, Aliens greifen an. Und dann hast du quasi zwei Twists hintereinander, die aber gut miteinander funktionieren, während du mit der Hauptfigur quasi in dem Bunker sitzt und leidest und nicht weißt, was der John Goodman als nächstes macht. Also ein super spannender Film. Sehr zu empfehlen. Twists sind immer dann am besten, wenn wir einfach nicht voraussehen können, ja, was passiert oder was Sache ist, wenn sie uns quasi kalt erwischen. Genau. Wenn alles bis dahin gewesen ist, dann auf einmal in einem anderen Licht erscheint. Der geilste Twist ever, den ich in einem Buch gelesen habe, das führe ich jetzt gar nicht viel aus, sondern das gebe ich euch wie eins mit der Charlotte Link mit, müsst ihr lesen. Könnt ihr mir ruhig vertrauen, ist von John Grisham aus dem Buch Das Komplott ab der, ja, ich sag mal, ab dem dritten Viertel von dem Buch werdet ihr etwas realisieren und euch denken, Gott, ist das krank, ist das genial, was hier mit mir als Leser abgezogen wurde. Darum geht's hier also. Mhm. Den Leser verarschen, ohne dass er sich verarscht fühlt. Das ist die Kunst. Und dann verarscht er nicht nur den Leser, sondern das komplette Justizsystem in den USA, weil das macht der John Grisham ja gerne und da, das gibt einfach diesen Mindfuck-Moment, wo man sich denkt, ist das gut? Da hat er mich aber gekriegt. So Cliffhanger und Twist kennt man in der Regel, das sind ja häufig genutzte, beziehungsweise das sind die offensichtlichen, die man als Otto-Normalverbraucher kennt. Dann gibt's aber auch andere und zwar mit wunderschönen Namen hatten wir auch in der Folge mit den Frillern und zwar den Red Herring. Genau. Der Red Herring ist eine bewusst falsche Fährte, die uns eben als Zuschauer oder Leser ablenken soll von etwas Wichtigem, was dann sich halt entpuppt als, weiß ich nicht, als irgendwas anderes und erzeugt einen Schockmoment. Schockmoment nicht unbedingt im Sinne von oh, das ist böse und ich erschrecke mich, sondern lässt andere Sachen vielleicht anders darstellen, als wir vermutet haben. Also quasi sowas wie ein Twist-Light, eine einfache Wendung. Genau. Ja, das Problem am Red Herring kann sein, dass wenn man sehr viel Zeit auf einen Red Herring in einer Geschichte verwendet und das sich dann am Ende als falsche Fährte rausstellt, dass man als Leser enttäuscht ist, weil man dachte, da ist irgendwie mehr zu holen und dann wird diese Spur kalt und dann sitzt man unbefriedigt da. Das ist ein sehr schmaler Grad, den diese roten Heringe da manchmal schwimmen, um es mal metaphorisch zu sagen, weil es entweder langweilig sein kann oder zu spannend und dann ist die Enttäuschung zu groß. Ja, Enttäuschung ist ein gutes Stichwort für ein Beispiel, das ich mir rausgesucht habe. Ich liebe diese Serie. Lost mit einer der geilsten Serien ever. Einfach nur, weil die so wirr ist und dann gegen Ende, ja, man einfach nicht weiß, was Sache ist und da gibt es diesen Red Herring, da werden mir bestimmt alle zustimmen, dass das ein Red Herring ist und zwar diese berühmten Zahlen, die Hurley dazu geführt haben, eine Million zu gewinnen, die am Anfang als Koordinaten verwendet werden, die da von der Französin durch das Walkie-Talkie genannt werden, die immer wieder in der Story auftauchen, die in diesen Computer eingegeben werden müssen unbedingt und am Ende führen diese Zahlen zu nichts. Es wird nie klar gemacht, warum die wichtig sind, woher sie dann tatsächlich kommen, etc. Aber es wird nonstop auf ihnen rumgetrampelt. Das ist so, ja. Du wirst irgendwie total geil gemacht als Zuschauer auf diese Zahlen und sie müssen die immer eingeben in so einem Computer, in so einem bestimmten Rhythmus, in einem bestimmten Zeitabstand, weil sonst passiert was ganz Schlimmes und diese Zahlen tauchen immer und immer und immer wieder auf und werden als wichtig dargestellt und am Ende werden sie nicht aufgelöst und dann waren die Zahlen im Prinzip auch egal. Das heißt, es ist so ein klassischer roter Hering, der einfach zu nichts geführt hat, außer um in manchen Momenten Spannung zu erzeugen. Gibt aber auch gute Redetourings, ne? Ja, zum Beispiel ein ganz klassischer ist der Film Psycho von, oder Psycho auf Englisch, von, ähm, sag doch. Na. Sag doch. Ja. Alfred Hitchcock. Ja, genau. Alfred Hitchcock. Und zwar ist da der Red Herring die Hauptfigur, die Frau, die ja am Anfang mit dem Geld, das sie zur Bank bringen soll, von ihrem Chef türmt und dann in diesem Motel absteigt, wo dann eben der Mörder sein Unwesen treibt und der bringt dann die Frau auch in dieser bekannten Szene um mit dem Messer hinter dem Duschvorhang und du hast dich mit dieser Hauptfigur eingegroovt, die Frau ist relativ sympathisch, sie ist jung, du kannst nachvollziehen, warum sie jetzt mit dem Geld türmt und so weiter, aber dann wird die Frau so, ich weiß gar nicht, ein bisschen was, über ein Drittel des Films, wird sie dann auf einmal umgebracht. Das heißt, die ganze Hauptfigur war quasi ein Red Herring und dann geht es mit dem Ermittler weiter, dann geht es dann mit dem Mord weiter und mit dem Bates Motel und so weiter. Also die Hauptfigur ist der Red Herring, das kann natürlich auch sehr enttäuschend sein, aber es ist am Ende des Tages eine relativ gute Wendung, einfach die Hauptfigur umzubringen. Als Beispiel für den Roten Herring haben wir in der Folge mit den Frillern zum Beispiel auch den Snape erwähnt, also da könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, was wir zu den Red Herrings zu sagen haben. Genau, haben wir die schon kurz angeschnitten. Ein weiteres Stilmittel, das vor allem gerne in Filmen und in Hollywood-Blockbustern verwendet wird, weniger, also auch schon in Büchern, aber mehr in Filmen, ist der sogenannte McGuffin und McGuffin ist quasi so ein Ersatzwort für einen Gegenstand, eine Person, ein Ort, irgendwas, was die Hauptfigur oder die Hauptfigurin erreichen müssen. Das kann, keine Ahnung, ein Computercode sein, ein Koffer, ein Schlüssel, eine wichtige Person, die eine wichtige Info hat, ein bestimmter Ort, der sicher ist, weil alles andere unsicher ist, das kann alles Mögliche sein. Also ich finde den Namen McGuffin, der Name McGuffin, der klingt so unendlich geil und ich weiß nicht, warum, ich muss immer an Muffin denken und ja, weißt du, wo der herkommt? Ich weiß es nicht, ich habe, ich habe, ehrlicherweise habe ich gar nicht nachgeschaut, kann ich bei der nächsten Folge, also bei der nächsten Folge mit den Stilmitteln mal machen, aber McGuffin ist halt quasi so eine Art Synonym für irgendwas, was erreicht werden muss. Ein ganz klassisches Beispiel, was auch noch nicht so alt ist, ist Luke Skywalker in Star Wars Episode 7, also in dieser neuen Trilogie, in der ganz neuen, wo es quasi nur darum geht, den Luke Skywalker zu finden. Das heißt, dass Luke Skywalker ist der McGuffin und sämtliche Entscheidungen der Geschichte und alles, was da passiert, führt, soll dazu führen, diesen McGuffin, aka Luke Skywalker, zu finden und zu erreichen. Ja, das ist eine Person als Meguffin. Als Beispiel für einen Ort habe ich mir einen sehr schönen Ort ausgesucht und zwar von Alpha Conan Doyle Die Vergessene Welt. Da geht es darum, dass ein Professor ja meint, kurz gesagt, dass es einen Ort gibt, an dem eben die Zeit stehen geblieben ist, an dem es noch diese Dinosaurier gibt. Und diesen Ort gilt es zu finden und da besteht eben die erste Herausforderung, okay, wie kommen wir da hin, wie kommen wir ins Paradies, weil laut Bildern etc. muss es da schön sein und da habe ich mir extra dieses Buch vorbereitet, denn es wird tatsächlich sehr schön beschrieben und die sehen da von so einem Plateau, oh, das ist alles so herrlich etc. Und wir müssen unser Ziel erreichen. Das heißt, wir kriegen jetzt live was vorgelesen. Und nun, liebe Leser, falls mir je welche vergönnt sind, habe ich sie den breiten Fluss hinaufgeführt, durch das grüne Schilf hindurch den grünen Tunnel entlang den langen palmenbewachsenen Abhang hinauf, durch das Bambusgestrüpp und über die Ebene mit den Baumfahnen. Endlich liegt unser Ziel in voller Sicht vor uns. Als wir den zweiten Hügelkamm überschritten hatten, erblickten wir vor uns eine unregelmäßige, palmenbesetzte Ebene und dahinter die Linie der hohen roten Klippen, die ich schon von dem Bild her kannte. Die Ebene läuft bogenförmig von uns fort und erstreckt sich über das ganze Blickfeld. Challenger stolziert umher wie ein preisgekrönter Pfau und Summerlee ist still geworden, aber immer noch skeptisch. Der nächste Tag wird wohl einige unserer Zweifel klären. Inzwischen aber, da José aus Furcht auf seiner Rückkehr besteht, will ich diesen Brief mit ihm zurückschicken, in der Hoffnung, dass er gut heimkommt. Sobald sich eine Gelegenheit bietet, will ich wieder schreiben, ich habe eine behelfsmäßige Karte von unserer Reise beigefügt, die den Bericht vielleicht noch etwas besser verständlich macht. So, das klingt, als wären sie kurz vorm Ziel. Alles ist schön, alles ist blumig. Der Challenger, das ist eben der, der diese These aufgestellt hat, der stolziert umher, der freut sich. Der Samali, das ist sein Gegenspieler, der hat nichts von dem geglaubt. Und wie wir sehen, ist er still geworden und das wird er vermutlich, weil er es eben selbst nicht geglaubt hat und jetzt nichts sagen möchte. Und Obacht, das nächste Kapitel fängt an. Etwas Schreckliches ist geschehen. Wer konnte das voraussehen? Ich vermag kein Ende unserer Notlage abzusehen. Wir sind möglicherweise dazu verurteilt, den Rest unseres Lebens an diesem seltsamen und zugänglichen Ort zu verbringen. Ich bin auch dermaßen verwirrt, dass ich weder unsere gegenwärtige Situation noch unsere Aussichten für die Zukunft ganz überblicken kann. Wir merken, die Figuren haben Angst. Also sie sind im Paradies angekommen und stecken in der Scheiße. Ja, und damit wird eben das Plateau zum Megafin. Das Ziel ist es, diesen Platz zu erreichen. Dann hat man ihn und zack, Story geht weiter. Ja, nur vielleicht ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall ist in diesem Beispiel das Plateau oder eben dieser unzugängliche Ort der Megafin. Genau, und verwandelt sich dann quasi mit einer Wendung vor Paradies in die Hölle, wo dann zwei Stilmittel aufeinander treffen. Jetzt haben wir eine Person im Ort. Wir haben auch noch ein Objekt in den Teppich aus The Big Lebowski. Ja. Den Film habe ich nicht gesehen. Du kannst es vielleicht besser erzählen. Also ich muss gar nicht so sehr auf den Film drauf eingehen. Da geht es einfach darum, dass es zwei Personen gibt, die Lebowski heißen, nämlich der Dude, der bekannte Dude und ein reicher Multimillionär und der wird einfach verwechselt mit dem und dieser Teppich, um den es da geht, den der Lebowski angeblich, ich weiß es gar nicht mehr, hat ihn geklaut? Ja, hat ihn geklaut oder irgendwie hat ihn bekommen, ich weiß es nicht mehr und wird dann halt von so ein paar Schlägern zusammengeschlagen mit dem Kopf in die Toilette getunkt und dieser ganze Film dreht sich um diesen Teppich, ohne dass man den Teppich jemals sieht. Der ist also quasi kein Gegenstand dieses Films, er ist der McGuffin, weil sich die ganze Geschichte um den dreht, aber er ist niemals zu sehen. Am Ende kriegt er auch seinen Teppich nicht und es ist am Ende völlig egal. Der Teppich ist aber der McGuffin, weil alle von dem Teppich reden und der Lebowski will seinen Teppich wieder und so weiter und so weiter. Deswegen ist er ein McGuffin, aber er wird nie quasi aufgelöst, er bleibt bis zum Schluss der McGuffin, der Teppich ist dann quasi wurscht. Das finde ich aber, also das finde ich dann irgendwie noch geiler, als wenn man den Teppich dann irgendwann zu sehen kriegt, nur drüber gesprochen wird. Der Teppich ist irgendwann egal, er ist der Ausgang für die Geschichte, er bleibt der McGuffin bis zum Schluss. Das heißt, wir sehen ihn auch in keiner Vorblende oder Rückblende, bam, was für ein Übergang. Du willst sagen, etwa in keiner Prolepse und in keiner Analypse. So wie ich es auf wieder gepflegten Party sagen würde in der Küche, ja. Wir klingen so schlau. Genau, die Vorblenden und Rückblenden sind nämlich auch sehr bekannte Stilmittel. Die werden dazu genutzt, meistens ins Rückblenden, um die Geschichte, die Charaktere oder die Welt auszuarbeiten, einfach so Stück für Stück. Manchmal kommen sie auch als Wendung daher, wenn ein Charakter vielleicht durch eine Rückblende eine ganz andere Motivation erhält, als die, die er vorgibt zu haben zum Beispiel. Der Nachteil an diesen Rückblenden kann sein, dass sie manchmal recht langweilig sind. Das hat man vor allem in Serien, wo es dann irgendwie Rückblendenfolgen gibt und man hat so das Gefühl, man hat irgendwie nichts erreicht und irgendwie hat das alles kein neues Licht auf die Charaktere geworfen. Die muss man also sehr gekonnt einsetzen, diese Rückblenden. Und Vorblenden sind tatsächlich eigentlich relativ selten. Die werden manchmal genutzt, um in Geschichten einzuführen. Also wenn ich ein Buch anfange, fängt es gleich mit einer Vorblende an, zum Finale oder zu irgendeiner actionreichen Szene, damit ich als Leser erst mal angefixt bin, weiterzulesen. Ansonsten trifft man Vorblenden allerdings nicht so oft. An Weihnachten gibt es oftmals eine Vorblende in der Story. Eine ganz berühmte Vorblende gibt es in der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens und die ist im Prinzip ja auch vollkommen als Vorblende gebranntmarkt, nämlich der Ebenezer Scrooge wird ja von drei Geistern besucht. Einmal der vergangenen Weihnacht, der aktuellen Weihnacht und der kommenden Weihnacht. und das der kommenden Weihnacht, also ein Blick in die Zukunft, das ist dann die Vorblende. Da sieht er dann, dass er tot ist und die Leute sind nicht traurig um ihn, sondern weil er alle immer wie Dreck behandelt hat, sind sie froh, dass er endlich weg ist. Mit seinem Geld, das wird auch für wohltätige Zwecke gespendet und dann erkennt er halt, dass er sich absolut blöd verhält, seinen Mitmenschen gegenüber und alles wird gut am Ende. Aber das ist so ziemlich die klassische Vorblende, die man überhaupt nennen kann. Und hier können wir auch wieder nochmal schön auf die drei Grundpfeiler uns beziehen und zwar haben wir hier einen Charakter, der eben dafür bekannt ist, dass er schlecht drauf ist und sehr geizig etc. Und durchlebt dann einen Sinneswandel. Also eine Figur, die lebt. Genau, richtig. Auch wenn ich mit dem Ebenezer Scrooge nie irgendwas zu tun haben will, weil der schon echt ein Arschloch ist. Als Zurückblende für eine Story aus dem Buch habe ich mir Folgendes ausgesucht und zwar von den Krimis von Oscar de Muriel. Da gibt es die Hauptfigur Nine Fingernails und da werden Rückblenden besser genutzt, um die Motivation von ihm besser kennenzulernen. Denn das ist Polizist aus Schottland, der an das Okkulte glaubt und wird am Anfang so ein bisschen dargestellt als die Idiote. Glaubt an Kobolde etc. Und durch Rückblenden erfahren wir aber immer wieder wieso. Und da ist es so, dass seine kleine Schwester im ganz jungen Alter die Eltern der beiden umgebracht hat und er meinte eben in dieser Situation den Teufel in ihr zu sehen. Der hat da was gespürt und seitdem glaubt er da eben dran und das zieht sich so als roten Faden durch die in Anführungsstrichen Abenteuer, durch die Ermittlungen und die Schwester wird dann noch hin und wieder Gegenstand der Ermittlungen beziehungsweise sie wird in den Storys besucht und dann gibt es einen Schwank, der eben erklärt, warum der Ninefinger jetzt eben so an seiner Schwester hängt. Und deswegen das ist ein gutes Beispiel für harte Schale weiche Kern, der tritt immer sehr sehr stark auf, sehr pöbelmäßig und wir schauen dann hinter die Kulissen und wissen quasi warum der so wurde. Ja, das sind dann die guten Rückblenden und du hast ja jetzt auch schon eine gute Überleitung gemacht mit dieser Figur zu unserem letzten Stilmittel und zwar die Hintergrundgeschichte. das klingt jetzt erstmal ziemlich dröge und langweilig und offensichtlich vor allem, aber Hintergrundgeschichten sind natürlich sehr wichtig für uns, um vor allem Charaktere kennenzulernen, vielleicht auch Welten, weil eine Welt hat ja natürlich auch eine Vorgeschichte, vielleicht wie bei uns, es gab den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, um jetzt mal in der näheren Geschichte zu bleiben, das zählt ja alles zu Hintergrundgeschichte. Also die Hintergrundgeschichte an und für sich ist auch ein Stilmittel und die muss natürlich auch gut erzählt sein, gut erklärt sein, die kann auch dazu dienen, Twists einzuleiten oder irgendwelche Wendungen, aber meistens sind sie dazu da, um vor allem Charaktere auszuarbeiten. Ja, und Charaktere und damit eine große Hintergrundgeschichte gibt es in One Piece. One Piece an sich ist ja selbst eine riesen Welt mit einer riesengroßen Story, mit ausgezeichneten Charakteren, etc. und da gibt es eben diese Figur Nami, die Teil der Strohhutbande ist, das ist sozusagen die Hauptgruppe in dieser Welt, die wir verfolgen und die lernen wir eben in einer Hintergrundgeschichte sehr gut kennen. Genau, das fängt nämlich damit an, dass der Ruffy, also die eigentliche Hauptfigur, mit uns als Leser oder Zuschauer die Figur Nami kennenlernt und wir lernen sie kennen als jemand, der sehr gierig ist. Die ist immer sehr begierig auf Gold und Schätze und so und du denkst dir, okay, ja klar, die will irgendwie Piratin werden, in One Piece geht es um Piraten und deswegen ist sie Geld geil und sie will das Gold haben und okay, ganz einfache Figur, habe ich verstanden, die will Geld und Schätze und das hat man bis dahin geschluckt und dann bekommt sie ihre Hintergrundgeschichte und dadurch wird das alles viel, viel klarer. Du hast One Piece bis zum Erbrechen gelesen und geschaut, kannst du die Hintergrundgeschichte von der Nami so ein bisschen ausleuchten, damit die Hörer auch wissen, worum es geht, warum das dir so gut ist. Genau, also jetzt muss man sich ein bisschen drauf einlassen, das wird jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil jetzt Fischmenschen und sowas auftauchen, aber es ist im Prinzip so, dass die Nami umherzieht und Geld von Piraten stiehlt, weil sie es braucht, um ihr Dorf frei zu kaufen. Das Dorf wurde nämlich, als sie klein war, von Piraten eingenommen, von einer Fischmenschenbande und der Boss von denen ist eben der Arlong und das ist halt echt ein ziemlich mieser Motherfucker, dem kann keiner ans Leder und so kommt es eben, dass er die Leute da terrorisiert, die müssen heftige Steuern an den zahlen, etc. Und sie versucht, an das ganze Geld, etc., was sie kann, ergaunen kann, heranzukommen, um eben das Dorf von ihm frei zu kaufen. Das heißt, wir lernen sie kennen, als geldgieriges Mädel, das irgendwie einfach nur auf den nächsten Klunk aus ist und kennen ihre Motivation nicht und in dieser Hintergrundgeschichte wird aber diese ganze emotionale Geschichte erzählt, denn sie liebt ja nicht alleine in dem Dorf, sondern sie hat da Freunde und Familie und die Familie, da wird es nämlich tragisch, da hat sie eine Schwester, aber keine Eltern mehr, denn eigentlich ist sie ein Findelkind beziehungsweise Waisenkind. Sie wurde nämlich zusammen mit ihrer Schwester von einer Marine, ist sie Kommandantin oder einfach nur Soldat, ich glaube, sie ist Marine-Soldat namens Belmer. Als Baby wurde sie nämlich von Belmer gerettet und in dieses Dorf gebracht und irgendwann kam dann der Alon, wollte Geld von ihr, weil sie ja Steuern abdrücken müssen, quasi so eine Steuer fürs Leben und die Belmer konnte das Geld für sie und ihre beiden Töchter nicht aufbringen und wurde dann eben von diesem erschossen. Ja. Und die Nami muss dann für den Alon arbeiten und Sehkarten zeichnen und tritt dann auch der Bande bei, einfach nur um zu überleben. Das heißt, da steckt so viel Schmerz in dieser Geschichte und in dieser Person, das kriegt man am Anfang gar nicht so mit. Genau. Also generell der Aichiri, wie heißt der? Aichiro. Richtig krasser Name, ich nenne ihn immer Aichiro Oda. Ja, der Aichiri Oda. Der Oda ist wahnsinnig gut im Hintergrundgeschichten erzählen. Also ganz egal, was für Rückblenden der in One Piece auspackt, die kicken so gut wie immer. Und diese Rückblende ist eben exemplarisch dafür. Du hast eine Figur, die du halt einfach als geldgierig kennenlernst und nimmst sie so wahr und akzeptierst sie so. Und dann kommt da diese Hintergrundgeschichte, wo sie ihre Zielmutter verliert, wo sie ihr Dorf verliert, wo sie auf einmal für einen bösen Piraten mit so mafiösen Strukturen quasi Karten zeichnen muss, gegen ihren Willen Sehkarten zeichnen muss und der ihr dann sagt, sie kann das Dorf freikaufen zu einem horrenden Betrag, den eigentlich ein normaler Mensch gar nicht alleine sammeln kann. Und all das passiert in dieser Hintergrundgeschichte und das bezieht sich dann natürlich auch auf die aktuelle Geschichte. Das heißt, die Hauptfiguren kommen dann im Laufe der Handlung eben in dieses Dorf und dann erfährt man von dieser Hintergrundgeschichte und dann kann man nämlich auf einmal auch mitfühlen mit den Hauptfiguren, weil die dann natürlich gegen diesen Arlong vorgehen und ihm dann halt bitterböse aufs Maul hauen. Und dann hast du natürlich den Zuschauer absolut am Haken, wenn du so eine Vorgeschichte erzählst, die wirklich rührend ist. Also ich habe schon, das mag jetzt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, doof klingen, weil es hier um gezeichnete Figuren geht, aber ich habe Tränen in den Augen, weil die wirklich so gut und so vielschichtig erzählt ist, diese Geschichte. Und dann kickt das natürlich nochmal so geil rein, wenn die Piratenbande dann da hinkommt und dem Arlong einfach eine verplättet, dass er nichts mehr zu sagen hat. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, denn diese Hintergrundgeschichte, die wird da an dieser eben jetzt genannten Stelle erzählt, zieht sich dann aber trotzdem durch das aktuelle Geschehen und wird irgendwann später nochmal erwähnt oder es gibt immer noch Bezüge. Und das macht das so geil, ja. Das ist dann halt extrem clever, wenn du eine Hintergrundgeschichte erzählst, die an und für sich genommen schon gut ist, die dann aber auch so gut ist, dass sie auf das aktuelle Geschehen und wo es eigentlich, wo die Geschichte, wo der Rute Faden gerade ist, wenn sie sich nochmal darauf bezieht und dich dann nochmal gefühlsmäßig abholt und dann später weiter nochmal darauf zurückgegriffen wird, dann ist diese Hintergrundgeschichte so gut. Ja, also das ist dann einfach ein Musterbeispiel einer guten Hintergrundgeschichte. Es gibt so viele etliche langweilige Hintergrundgeschichten und der Oda, der Zeichner, der Manga-Card zu One Piece, der hat das, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, der hat das perfektioniert. Also jeder Drehbuchschreiber in Hollywood sollte sich eigentlich ein paar Rückblenden von dem durchlesen, damit die wissen, wie man es zu machen hat. Weil fast ausnahmslos jede Rückblende von dem ist wirklich gut und kreativ erzählt. Bis hierhin habt ihr hoffentlich was gelernt, wir können ja zusammenfassen. Cliffhanger haben wir erklärt, Twist, Retaring, McGuffin, Vorblende, Hintergrundgeschichte. Das sind eine Handvoll von noch mehr Stilmitteln, die man als Autor eben verwenden kann, sei es für ein Drehbuch oder halt ein Buch. Was ich euch empfehle, womit ihr auf jeden Fall auf der Party punkten könnt, das sind nicht der Cliffhanger und der Twist, das können die meisten aber Retaring und vor allem der McGuffin, also die rausballern, so oft es geht. Klar, sieht man klug aus. Was ich noch unbedingt loswerden möchte, ist bei der Recherche und Vorbereitung für diese Folge, da bin ich ans Bücherregal gegangen und habe nochmal geschaut, ja, woran kann ich mich erinnern, wo gab es die jeweiligen Stilmittel, was war gut, was war schlecht und da habe ich so viel Revue passieren lassen, da haben sich die ganzen Filme und Bilder nochmal in meinem Kopf abgespielt und es hat so einen Spaß gemacht, einfach nochmal über die Sachen drüber nachzudenken. Da habe ich mich, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch, aber brutal mit dem Buch in der Hand gefreut und habe geschmunzelt und dachte mir, ah, so war das ja und Tatsache, das ist ein McGuffin oder ja, hier sehe ich sehr deutlich den Red Herring und einfach mal machen, sich ans Regal stellen, die einzelnen Bücher, die man gut fand, nochmal zur Hand nehmen, darüber nachdenken und sich neu verlieben, fand ich herrlich, fand ich gut und dann habe ich im Internet recherchiert, Zusammenfassungen gelesen und dachte mir, ah, so war das, das war ja zum Beispiel dieser Thriller von, war das die Glasson, Verblendung, wo dann auch die Filme rauskamen, haben wir jetzt nicht erwähnt, aber das sind mir auch wieder so viele Sachen eingefallen und ja, da habe ich nochmal erlebt, wieso ich das Buch damals so gut fand, herrlich. Ja, das ist auch ganz cool, wenn man solche Beispiele suchen muss und geht dann nochmal in alte Geschichten zurück oder kramt in seinem Hirn, das macht schon Spaß, der Nachteil von sowas ist natürlich, je mehr man das auf seine einzelnen Elemente runterbricht und je mehr man das Schreiben als als Handwerk sozusagen sieht und ja, das auseinander nimmt, desto mehr können Geschichten auch ihren Zauber verlieren, weil du dann auf einmal siehst, wo die Fehler liegen, du siehst Twists auf einmal viel eher kommen, du siehst, dass eine Hintergrundgeschichte irgendwie mehr Zeit verbraucht hat, als dass sie es wert war, das kann auch tatsächlich zum Nachteil sein, also man wird schwerer überrascht werden, je mehr man sich davon, ja, je mehr man sich da rein fuchst sozusagen. Und man blickt hinter die Kulissen und reißt die Maske runter und zwar vom Antlitz Gottes, ne, weiß was Sache ist, aber ich denke, für den Moment hier sollte das reichen, ja, habt hoffentlich einiges gelernt, wir können uns nur bedanken fürs Zuhören und verabschieden, oder? Die nächste Folge erscheint am 31. März, ihr findet uns auf den sozialen Kanälen, schreibt uns an, hinterlasst uns Kommentare, ihr wisst, wie es läuft, ja, Twitter, Instagram, Facebook, lesen und lesen lassen. Wenn ihr geile Stilmittel in Filmen entdeckt habt oder in Büchern etc., dann lasst uns davon in den Kommentaren erfahren, vielleicht kennen wir sie ja und können das gemeinsam rausfeiern oder wir lernen selbst noch was. Ja. Deswegen, ballert doch ordentlich raus, wir freuen uns auf euch. Ja, dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Eins, da lief ich durch die Straßen oder wie es die Engländer sagen, Diaradei, da war ich unterwegs. Wo war das? Ich glaube, das war hier in Nürnberg, nee, Maxfeld. Das war sogar Maxfeld, was rede ich da? Da wollte ich zur U-Bahn runter und da gab es so Fahrradständer und in diesen Fahrradständern stand logischerweise ein Fahrrad mit Korb und dieser Korb war einfach zugemüllt. Da haben Leute irgendwem Müll in den Fahrradkorb geworfen und da kriege ich so eine Krawatte. Da könnte ich mich so drüber aufregen. Stell dir mal vor, du bist derjenige, der in dieses Fahrrad gehört und dann ist einfach dein Fahrradkorb zugemüllt und ich weiß nicht, wer kommt denn auf die Idee? Vor allem bei den U-Bahnen, da stehen ja meistens relativ nahe Mülleimer und diese Zigarettenausdrücker. Wieso schmeißt man dann jemandem seinen Scheiß in den Fahrradkorb? Ja, also ich bin da vollkommen bei dir. Also ich meine, irgendjemand wird damit angefangen haben vermutlich und die anderen haben dann mitgeschmissen, dass das halt irgendwie so, die Affenbonne, einer macht was vor, die anderen machen es nach. Aber ich finde das auch absolut asozial. Also generell, ja, Müll ist ein Trigger-Thema für mich, aber das sowas noch mehr. Aber als wäre es quasi dir erlauben, so ja, da liegt schon was, dann haue ich meinen Dreck einfach hinten rein. Also da würde ich dann sogar verstehen, wenn derjenige, der sein Fahrrad dann hier nicht abschraubt, wie sagt man, absperrt und fortfahren will, dass er den Korb dann einfach auf den Boden auskippt, weil der hätte ich auch keinen Bock drauf auf sowas. Kann ich verstehen, ja. Was ist denn da in den Leuten los? Oder wenn Leute Sachen auf den Boden schmeißen, da können die ja auch ausflippen, sondern pack deinen Mist halt in die Tasche, kommst du noch früh genug an den Mülleimer? Ja, das ist einfach so super asoziales Verhalten, das geht überhaupt nicht klar. Ich glaube, da sind wir zwei zu gut erzogen. In Japan ist es ja tatsächlich so, da gibt es kaum öffentliche Mülleimer, die hast du halt höchstens irgendwie an so Busbahnhöfen oder Bahnhöfen oder sowas. Das ist auch vollkommen normal, dass die Leute ihren Scheiß, wenn sie jetzt keine Ahnung, einen Kaffeebecher haben, den packen sie einfach in die Tasche und werfen ihn daheim weg. Du findest da auch keine Zigarettenstummel am Boden, da ist alles tiptop sauber. Die sind da einfach, die haben da einfach mehr Common Sense als wir hier. Wir haben einfach, da sind einfach manchmal, keine Ahnung, Einzeller unterwegs. Lasst euch von mir nicht erwischen, sonst geht es euch dreckig, sonst packe ich euch in diesen Korb rein und könnt ihr sehen, wie ihr da rauskommt. Ihr Schlawiner, ich habe mein Auge auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.